Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Ihr habt euch Near Protocol gewünscht, deswegen schauen wir uns den heute mal etwas genauer an. Momentan traden wir hier bei 4,80$. Wir befinden uns momentan in einer größeren Seitwärtsbewegung. Trotzdem muss man hier sagen, einer der besseren Performer, wenn wir uns den gesamten Altcoin Markt mal etwas genauer angucken. Wo wir möglicherweise einsteigen können, wie es weitergeht und welche Bullrun Ziele ich hier auf uns zukommen sehe, das erfahrt ihr im heutigen Update Video, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr unten kostenlos in der Videobeschreibung. Außerdem bietet BingX momentan ein super geiles Super Future X Trading Event an. Also meldet euch da gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung an, wer noch nicht bei BingX ist. Es gibt wieder ordentlich was abzustauben, Aufgabencenter, ihr könnt da an Wettbewerben teilnehmen, wo es auch ordentliche Gewinne gibt. Also kann ich euch nur empfehlen, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, wir schauen uns jetzt hier mal bei CoinMarketCap an. Wie gesagt, bei 4,80 Dollar traden wir momentan. Wir haben eine MarketCap von 5,8 Milliarden US-Dollar mittlerweile. Also relativ hoch, wir sprechen auch hier von keinem Low Cap, ist auf allen gängigsten Börsen zu kaufen und hat in den letzten Monaten eine relativ solide Performance abgehalten. Nachdem wir hier, wie überall im März, unser Top hatten bei 9 US-Dollar, ging es zwar hier auch nochmal runter auf 3 Dollar, also auch hier über 60% im Minus, hat sich aber jetzt wieder deutlich nach oben hingefangen bei 4,80 Dollar. Und diese Range, die ihr hier seht, zwischen 6,30 Dollar bis runter auf 2,58 Dollar, das ist so eine richtig coole Range zum Einkaufen bzw. hier DCA zu betreiben. Das habe ich auch genutzt, also Nier ist auf jeden Fall in meinem Portfolio, war einerseits hier die Käufe und ich weiß jetzt gar nicht, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, ob ich da unten gekauft habe, aber hier auf jeden Fall, also Entry relativ niedrig, weil ich schon mal ein Video dazu gemacht habe. Aber ansonsten bietet sich diese Range hier auf jeden Fall an, die Oberpunkte natürlich wichtig, um möglicherweise zu verkaufen bzw. hier auf das Breakout zu warten, die Unterpunkte, um auf jeden Fall zu kaufen. Also das sind die wichtigsten Punkte hier bei Nier, wo ich auf jeden Fall nochmal zuschlagen würde. Jeweils die grüne Box 25 bis 50% und dann auch nochmal die Box hier unten bei 1,60 bis knapp 1,80, auch nochmal 25 bis 50%. Ich gehe nicht davon aus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir hier nochmal Kurse um die 1 Dollar sehen, da müsste schon mal ein riesiger, riesiger Crash kommen bei Bitcoin, wovon ich momentan einfach nicht ausgehe. Deswegen Nier für mich eins der stärkeren Projekte im derzeitigen Bullrun, wenn man davon schon wirklich sprechen könnte. Kurzfristig sehe ich hier keine wirklichen Chancen, es ist ziemlich viel Seitwärtsphase, sieht man selber, wir haben keine Altcoin Season, ich würde mich hier vollkommen von Altcoin Trades fernhalten, das macht keinen Sinn. Wir befinden uns zwar hier im 4 Stunden Timeframe deutlich in einem Aufwärtstrend, trotzdem, das Risiko, dass man hier liquidiert wird, wenn man in eine Long Position reingeht bei steigender Bitcoin Dominance, ist mir persönlich einfach viel, viel zu hoch. Deswegen würde ich das euch auch ehrlich gesagt nicht raten, ich würde mich hier rein auf Spotkäufe fokussieren. Viel, viel wichtiger, anstatt mich hier mit irgendwelchen Trades die Finger zu verbrennen. Für Short Trades kann man dann immer noch, sage ich mal, die obere Box, die grüne Box hier oben nutzen, gegebenenfalls dann gucken, ob man hier eine Rejection reinbekommt. Und auch vom FIP-Level, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, macht diese Box schon sehr viel Sinn, weil hier oben auch das Golden Pocket der letzten Abwärtsbewegung da drinnen liegt. Also, das können wir auf jeden Fall mal im Blick behalten und jetzt kommen wir mal zu den technischen Preiszielen, die ich mir erhoffe für den Bullrun. Nach jetzigem Stand sind wir ja bei 4,80 Dollar. Ich sehe hier, und da gehe ich wie überall ran, erst einmal nur das Golden Pocket als Ziel, also das übergeordnete Golden Pocket von unserem, ich sage jetzt mal, Bullenmarkt, äh, doch, Bullenmarkt hoch bis zu unserem Bärenmarkt tief. Dieses liegt hier bei 13 Dollar, beziehungsweise geht bis knapp 13,75 Dollar. Das wäre nach jetzigem Stand, wenn wir jetzt hier mal reingehen, von knapp 200% Kursplus, sollten wir natürlich das Golden Pocket durchbrechen. Und das habe ich auch gestern schon im letzten Altcoin-Update-Video gesagt, dass wir uns dann hier oben irgendwie festhalten können bis zum 0,5er und dann einen Durchbruch schaffen. Dann können wir auch nochmal das All-Time-High angreifen. Aber es ist statistisch natürlich auch belegt, vorsichtig sein. Jeder, es ist schwierig, dass die alten Altcoins ihre, ähm, ja, All-Time-Highs wieder erreichen. Deswegen vorsichtig sein, lieber damit zufrieden geben, etwas konservativer denken und damit dann möglicherweise mehr Gewinne machen als andere. Ansonsten, ähm, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Near-Protokoll in eurem Portfolio drin hat oder ob ihr es schon gekauft habt oder noch kaufen möchtet. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns morgen zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay creative.